Tja, heute geht es um Schimmelpilze. Hat von euch sowas schon mal jemand gesehen? Das ist so hammerhart krass. Also ursprünglich ist das Katzenkacke. Von meiner Edina, so wie es aussieht. Die kackt ihr ab und zu mal in den Keller. Und wenn man es nicht gleich mitbekommt, da wächst dann sowas hier raus. Also, what the fuck? Kann mir jemand sagen, was das ist? Also so ein Schimmelpilz habe ich noch nie gesehen. Das sieht aus, wie wenn Haare wachsen. Wirklich, wie wenn Haare wachsen. Guck, hier daneben ist noch ein Stückchen Kut. Da ist ein anderer Schimmelpilz drauf. Aber diese Art von Schimmelpilz hier. Also, habe ich so überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Kann mir da mal bitte jemand helfen und sagen, ist das gesundheitsschädlich? Muss man da jetzt aufpassen? Und wie entsteht das überhaupt? Wie entsteht das überhaupt? Also, ich traue mich jetzt nicht ran zu fassen. Aber ich finde es schon krass, dass da einfach so ein Haarbüschel wächst aus Katzenkacke. Ja, wenn da irgendjemand von euch Informationen drüber hat, bitte leitet sie mal weiter an mich, ob das irgendwas mit der Ernährung zu tun hat oder ob da meine Katze krank ist. Ich meine, da geht es ja so nicht schlecht. Ja, da würde ich mal gerne wissen, was es damit auf sich hat. Später. Ja. Vielen Dank.